Hallo und herzlich Willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ja, wir haben den großen Kampf geschlagen, beziehungsweise wir haben die Schlacht geschlagen, wir haben gewonnen. Und bis auf eine Sache, nämlich, dass unser Freund nicht mehr da war, war alles gut. Aber Scoot kriegt es immer wieder hin, im Nachgang nochmal anzutanzen und zu sagen, wir haben noch eine Aufgabe für euch. Deswegen werden wir jetzt mal schauen, was das für eine Aufgabe ist. Wieso soll ich unten? Achso, weil das die andere Quest ist. Im Gewebe der Realität. Wir müssen sie stopfen. Wie? Ich schlug ja Nadel und Faden vor, doch mein Meister hat eine andere Lösung. Deshalb schickte er mich los, um euch zu finden. Wieder einmal. Mhm. Was soll ich für Hermaeus Mora tun? Nun, vieles hiervon verstehe ich nicht. Doch das große Auge meinte, ihr bräuchtet die drei Relikte, die beim Sieg über Italia zum Einsatz kamen, um sie bei Rissen an Nexus-Punkten im Gewebe der Wirklichkeit zu platzieren. Das sollte die zerfaserten Fäden des Schicksals instand setzen. Und vielleicht könnte dann als Nebeneffekt unser Freund wieder auftauchen. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass wir den wiederkriegen. Das ist alles. Einfach nur die drei Relikte an bestimmten Orten platzieren. Nun, nein. Ihr müsst auch einen Zauber wirken, um die Energie jedes der Relikte freizusetzen und sie ins Gewebe der Wirklichkeit hineinfließen zu lassen. Hier ist die Zauberschriftrolle. Und ihr werdet Hilfe brauchen, weshalb ich jeweils einen von uns an jeden der Orte schicke. Um euch beizustehen. In Ordnung. Ich platziere die Relikte und wirke den Zauber. Wo muss ich hin? Meine Aufgaben nehmen kein Ende. Ach, ich markiere es euch auf eurer Karte. Die Orte, an denen ihr die Relikte platzieren müsst, sind in den Westauen, auf der Telvani-Halbinsel und in Apokrypha. Ja. Sucht jeweils nach einem eurer Verbündeten, wenn ihr an einem dieser Orte eintrefft. Und bringt unbedingt die Schriftrolle und die Relikte mit. Die Aufgabe heißt im Gedenken an. Das hört sich irgendwie nicht so positiv an. Warum genau diese Orte skruht? Kann ich die Relikte nicht einfach irgendwo platzieren und den Zauber wirken? Sterbliche! Ich glaube, es müssen eure jämmerlich endlichen Existenzen sein, die euch so ungeduldig machen. Die Fäden des Schicksals verlaufen in sehr komplexen und sehr präzisen Mustern durch das Gewebe der Wirklichkeit. Um die Risse zu flicken, müsst ihr an diese schier unermessliche Genauigkeit heranreichen. Nun gut, aber warum genau diese Orte? Die Gründe sind für euch ob der Beschränkungen eures sterblichen Verstands wahrscheinlich unbegreiflich. Doch ich werde es zu erklären versuchen. Durch die Machenschaften von Thorwizard und Vargas sowie die Gegenwart Itelias erzeugen die Risse an eben jenen Orten Resonanzen auf allen Ebenen. Was immer ihr also an diesen Orten tut, wird in ähnlicher Weise nachheilen und das gesamte Gewebe reparieren? Genau! Denkt daran. Die Relikte wurden eigens dafür geschaffen, Itelias Macht entgegenzuwirken. Sobald sie durch das Wirken des Zaubers freigesetzt wurde, sollte die in den Relikten geborgene Energie das Gewebe der Wirklichkeit instand setzen und es am weiteren Zerfasern hindern. Ja, immer in der Theorie. Sprechen wir jetzt endlich über das, was sie ihr in den Kopf gesetzt hat? Der Plan, den Scoot uns brachte, klingt etwas dürftig. Doch wir müssen unser Vertrauen in den Wissenden setzen. Auch wenn Itelia fort ist, werden die im Gewebe der Wirklichkeit entstandenen Risse sich weiter ausbreiten. Wie wenn man an einem losen Faden zieht, bis sich schließlich die ganze Tonika auflöst. Dann stimmt ihr also zu, dass die Wirklichkeit nach wie vor in Gefahr schwebt? Die Risse traten auf unnatürliche Weise auf. Insofern ist es unwahrscheinlich, dass sie ohne Hilfe von außen heilen. Falls der von Hermaeus Mora ersonnene Plan aufgeht und das Gewebe der Wirklichkeit instand gesetzt wird, kann ich das Wissen, das mir Itelia gab, nutzen, um zu versuchen, eine letzte Sache richtig zu stellen. Okay. Weisheit, ihr meint euer Gespräch mit Itelia, bevor sie das Portal betrat? Ja, sie erlaubte mir kurz die Möglichkeiten der vielen Pfade zu erleben. Gadein existiert immer noch irgendwo, glaube ich. Falls es eine Chance gibt. Ich halte sonst nicht viel von Hoffnung, doch Gadein hatte seinen Glauben. Wie könnte ich es da anders halten? Risse im Gewebe der Wirklichkeit. Das klingt so metaphorisch. Das macht die Bedrohung oder die Gefahr durch sie nicht weniger real. Apokrypha und Mundus sind beide auf endlosen Metaphern erbaut. Und nun wartet ein Plan darauf, dass wir ihn durchführen, denke ich. Ihr helft uns doch bei der Durchführung dieses Plans? Natürlich, doch vielleicht nicht so, wie ihr es erwartet. Ich werde von hier aus arbeiten und helfen, die Fäden des Schicksals zusammenzuflicken, während ihr die Relikte platziert und den Zauber wirkt. Hier, nehmt die Relikte. Ihr werdet sie für die vor euch liegende Aufgabe brauchen. Nun gut, ich besuche nun die Städten, die Scoot auf meiner Karte markiert hat. Die Relikte, Moras Zauber und meine Magie helfen euch, die Wirklichkeit zu flicken, Entsandte. Scoot, Tribunen, Alea und ich treffen euch an diesen Orten, Freundin. Ja, dann legen wir mal los. Nach meinem üblichen Problem, dass ich erstmal wieder den Ausgang finden muss. Okay, drei Risse flicken. Machen wir. So, der erste Riss befindet sich hier oben in den Westauen. Und zwar sind wir jetzt hier beim Wegschreien des Valente Weinguts. Schauen wir mal, das ist auf der Seite. Müsste man den Riss nicht vom Weiten schon sehen? Auf jeden Fall ist unser Freund schon hier. Achso, Freundin, nicht Freundin. Ich dachte, wir finden hier direkt den Riss, aber nein. Wir müssen erstmal wieder in irgendeine Höhle rein. Nun gut. Uh, uh, uh. Das sind wahrscheinlich die Orte, nehme ich mal an, wo wir alle schon gewesen sind, äh, in der vorherigen Aufgabe. Warum ziehst du dann dein Schwert? Und wieso kann ich die Lampe nicht mitnehmen? Oder muss ich die jetzt an jede Stelle hinsetzen? Wenn ich die Lampe jetzt hier nicht mitnehme, ist das Spiel dann kaputt? Hm, wir probieren es mal aus. Also ich konnte sie auf jeden Fall nicht mehr mitnehmen. Ich nehme dafür einen von euch Fackelkäfern mit. Ihr schwirrt mir hier die ganze Zeit so in den Weg herum. So, wir sehen uns am nächsten Riss. Der nächste Riss ist auf der Telvanni-Halbinsel. Und zwar hier unten. Wir sind gerade am Wegschrein des großen Arms. Da muss ich jetzt mal schauen. Das ist quasi auf der anderen Seite der Brücke am Wasser. Schauen wir mal, was wird. Okay, da ist der Riss. Ja, wir wissen doch, was wir machen sollen. Es hat funktioniert. Es gefällt mir ohne Löcher über mir besser. Ja. Erfüllt eure Aufgabe. Wir sehen uns in Skingrad. Was mir nicht so gefällt, ist, dass die, äh, Relikte dann immer hier liegen bleiben. War ja ganz glücklich gesagt, was hält die Leute davon ab, in die Höhlen zu gehen und die dann einfach wegzunehmen, ne? So, und der letzte Riss ist in Apokrypha hier oben. Ich bin jetzt gerade am Wegschrein der verlassenen Palisaden. Und zwar im Schauen, in welche Richtung ich hier eigentlich muss. Muss ich hier runter? Dein Ernst, jetzt muss ich da runter? Da hinten geht's aber runter. Okay. Wo ist denn unsere Begleitung? Hier. Okay. Ich weiß, du freust dich schon drauf. Mal sehen. Ich hab ja immer noch die Hoffnung, dass wir ihn wieder zurückkriegen. Gerade auch nach dem Kommentar von Leramiel. ...den Stahl der Geheimnisse beim Realitätsriss. Benutzt die Schriftrolle, um die Energie des Relikts freizusetzen. Es hat wirklich geklappt. Das ist das letzte Relikt. Ich spüre schon, wie die Wirklichkeit heilt. Und das fühlt sich toll an. Kehren wir zu Beragon zurück und sehen wir nach Leramiel. Das Grot ist alles in Ordnung mit dir? Wahrscheinlich macht sie gerade irgendeinen Zauber da drauf. Aber die anderen haben doch nichts gemacht, oder? Die standen doch nur neben mir. Wenn ich das richtig mitbekommen mag. Na gut, wir gehen erst mal wieder zurück zum Stadthaus. Kameradin, Beragon wartet oben auf dem Balkon auf euch. Sprecht mit ihm. Nur zu, Kameradin. Ihr findet Beragon auf dem Balkon in der oberen Etage. Er trug mir auf, euch umgehend dort hochzuschicken, sobald ihr zurückkehrt. Ja, ja, ist ja okay. Mecker mich doch nicht an. Dann gehen wir mal zu Beragon. Oha! Oha! Ja, was ist denn mit dir? Was bist du denn hier? Nee, da steht Tumult. Aber ja, irgendwie schon. Aber wo kommt ihr alle her? Moment, mit dir hatten wir auch irgendwas. Können wir mit dir reden? Kommandant? Die Felder Gartburg steht noch, dank euch. Ich würde gern einen Weg finden, um den Makel dieser Rückbesinnungsrüpel aus den Kasernen zu tilgen. Daedra-Magie ist übel und der Gestank von Spiegelmoor ist noch übler. Sind die Westauern wieder sicher? So sicher, wie man in dieser elenden Welt sein kann. Oh, es gilt noch die Reste der Rückbesinnung zu vertreiben. Und Graf Kalantius muss die diplomatischen Beziehungen mit Vashabar festigen. Doch wir kommen zurecht. Zumindest solange der Krieg im Osten bleibt. Ich bin ja gerade total perplex, wenn ich jetzt ehrlich bin. Mit ihm kann man leider nicht reden. Er war derjenige, den wir... Oh, schade. Den wir getroffen haben, wo irgendwie seine ganze Legion getötet worden ist oder sowas, wenn ich mich richtig erinnere. Mit ihm haben wir gerade gesprochen. Die ich kenne mal, glaube ich, gar nicht. Keine Ahnung, wer du bist oder warum du hier bist. Können wir mit dir nochmal reden? Schaut nicht so überrascht, Kameradin. Die Bewohner der Auen wissen, wie man eine Feier ausrichtet. Wir haben gute Arbeit geleistet. Doch ich will mir gar nicht ausmalen, wie alles ohne eure Beteiligung gekommen wäre. Erlaubt uns daher Loblieder auf euch zu singen. Ihr habt es verdient. Ich habe das alles nicht alleine getan, wisst ihr? Sicher, ich half auch. Doch ich tat meine Pflicht. Ich diene Graf und Land. Ihr habt kein gesondertes Interesse an den Westauen. Und doch habt ihr alles aufs Spiel gesetzt, um uns zu retten. Und ihr habt euch überlegt, wie man Italia ins Exil schicken kann. Von meiner Warte aus ist das beeindruckend, Kameradin. Von meiner Warte aus. Ich mache das täglich. Mir gefällt es nicht, wie mich eure Mitsterblichen anstarren. Man könnte meinen, Sie hätten vorher noch nie eine Gesandte des großen Auges gesehen. Ich schwöre es. Wer als nächstes erschrocken quiekt, bekommt etwas wirklich Verängstigendes geboten. Sprecht mit Beragon. Er hat als erster gefragt. Ja, ja, mit ihm spreche ich auch noch. Aber mit Lehrer Miel möchte ich auch noch sprechen. Aber hier sind so viele Leute, die wir irgendwie alle kennen. Das ist so cool. Als ich von dieser Feier erfuhr, beschloss ich mich auf den Weg in die Stadt zu machen und euch ebenfalls meinen Dank zu erbieten. Wie schön, all die Leute hier zu sehen, denen ihr geholfen habt. Ich schätze, meinem kleinen Gasthaus zu helfen, war nur ein Schritt bei etwas, was nach einem wahrlich epischen Abenteuer klingt. Wie läuft es dieser Tage mit dem Gasthaus, Brünmier? Nun, die Geschäfte laufen noch etwas holprig, aber meine neuen Getränke werden so langsam wahrgenommen. Ich arbeite sogar an einem, mit dem diesem besonderen Augenblick gedacht werden soll. Es wird natürlich nach euch benannt. Die helfende Hand? Die geheimnisvolle Wanderin? Nur raus damit, falls ihr einen Vorschlag habt. Hm. Nee. Gerade jetzt aktuell nicht. Da müsste ich drüber nachdenken, ehrlich gesagt. Tribunin Alea befahl mir, an eurer Feier teilzunehmen. Hallo? Bote, Feiergast, das ist erniedrigend. Tja, da wir nun mit euren Heldentaten durch sind, kann ich vielleicht wieder zu einem Soldatendasein zurückkehren. Wäre das nicht toll? Wir sind uns sicher, dass wir gewonnen haben, oder? Oh mein Gott, wie ist der denn drauf? Sie kenne ich jetzt gar nicht, aber wahrscheinlich gehört sie jetzt zu einer Story, die wir jetzt in der Nebenquest hätten machen müssen. Obwohl, da steht nur Bürgerin. Ich glaube, sie ist eigentlich total unbekannt und man hätte auch so nicht mit ihr reden können, glaube ich. Dank euch wurde die Fäulnis aus Waschabar herausgeschnitten. Ich hoffe nur, dass Nantarions verrückter Plan am Einfluss dieser vergessenen Daedra-Fürstin Itelia lag und nicht an der Denkschule des Dämmerwegs. Waschabar hat auch schon so genügend Schwierigkeiten. Laufen die Gespräche mit Graf Kalantius gut? Weitaus besser, als ich es erwartet hatte. Das liegt nicht unwesentlich an euch, Beragon und Tribunen Alea. Der Graf ist ein gerechter, wenn auch harter Verhandler. Doch er begreift, dass Nantarion und die Rückbesinnung nicht Waschabar sind. Aber sie waren verantwortlich für Dämmerholz und den Wildbrand. Deshalb habe ich versprochen, dass unsere Grünsprecher dabei helfen werden, den Bereich der Verwüstung zu heilen. Was den neuen Wald angeht, diese Wurzeln kann man nicht zurück in ihre Samen bringen. Aber Waschabar wird ein guter Nachbar sein. Darauf habt ihr mein Wort. Das ist doch alles, was zählt. Was mit euch? Ich bot Beragon die Nutzung einer meiner geräumigeren Unterbringungen für die Feier an. Doch es war ihm lieber, selbst der Ausrichter zu sein. Diese eigentümliche Umgebung zieht er wohl einem Ballsaal vor. Wie dem auch sei, Italia wurde aufgehalten und die Westauen sind sicher. Kann ich aber gut nachempfinden, dass der jetzt nicht unbedingt nach der ganzen Sache irgendwo in den Ball sein möchte. Wie kommen die Grünsprecherin und ihr miteinander aus? Was meint ihr damit? Es mag eine Weile dauern, bis das gemeine Volk versteht, dass nicht alle Waldelfen zur Rückbesinnung gehören und dass Waschabar nicht wusste, dass Nantarion hinter dem neuen Wald steckte. Da wird es gewaltig helfen, den Handel wieder aufzunehmen und die Verheerung zu heilen. Da ist es wieder, das gemeine Volk. Das Volk ist doch gar nicht gemein. Es will doch einfach nur in Frieden leben, im Gegensatz zu vielen, die halt eben mehr Macht haben. So, mit euch habe ich gar nichts zu tun. Okay. Nö. Aber sie schauen mich wenigstens an. Ganz so, äh... Leerer-Miel. Ihr habt den Wein und den Käse ignoriert. Redet mit mir. Ich versuche immer noch, die Bedeutung jenes Wissens zu ermitteln, das Italia mit mir teilte. Doch Beragon bestand darauf, dass diese Feier weitergeht. Ich war nicht in der Lage, mich ihm zu verweigern. Ich gestehe, dass ich solche Festlichkeiten in der Regel meide. Doch diese hier ist recht angenehm. Hat es geklappt? Haben wir das Gewebe der Wirklichkeit gefliegt? Ihr begreift doch aber schon, Entsandte, dass das Gewebe der Wirklichkeit eine Metapher ist. Ein Weg, um einen nahezu unerklärlichen Sachverhalt einfach zu erklären. Doch um eure Frage zu beantworten, ja, wir haben vollbracht, was uns Hermäus Mora ursprünglich auftrug und die Wirklichkeit bewahrt. Und ihr habt euch noch nicht entschlossen, was Italia euch vor eurem Aufbruch zu zeigen versuchte? Noch nicht erschlossen, so. Ich weiß, dass sie mir gestattete, die Welt einen kurzen Augenblick so zu sehen wie sie, auf die vielen Pfade zu blicken. Nur für einen Moment sah ich einen Pfad, auf dem Gardein noch existierte. Es schenkte mir Hoffnung. Was ich damit allerdings anfangen werde, das weiß ich noch nicht. Ich will eine Nebenquest haben, wo wir ihn wieder zurückholen können. Oder eine Folgequest. Ist mir alles egal. Ich will ihn zurückholen. Also, was nun, Leramiel? Wir lassen Beragon seinen Plan umsetzen und wir erinnern uns daran, was uns in unserer gemeinsamen Zeit gelungen ist. Wir besiegten drei Fürsten. Perjite, Vermina und Italia. Wir retteten Nekrom. Wir retteten die Westauen. Wir retteten Apokrypha. Wir haben uns gut geschlagen. Ja, also jetzt nicht irgendwie kleinlich werden oder so, aber die Welt dürfen wir auch nicht vergessen. Die haben wir auch gerettet. Ganz Tamriel. Beragon. Er hat es verstanden. Ich hatte Hilfe, wie ihr wisst. Aber sicherlich. Doch Leramiel, Tribunin Aleas, Groth, Vikar Gadein und ich hätten das, was wir geschafft haben, ohne euch als unseren Ankerpunkt nie hinbekommen. Und der arme Gadein. Ich weiß, dass er ein guter Freund von euch und Leramiel war. Das war er. Er opferte sich, um mich vor diesen Realitätsriss zu retten. Und ihn werden wir auch ehren. Uns alle. Wir sahen uns Bedrohungen gegenüber, die ich kaum begreifen kann. Und wir haben sie bezwungen. Wenn das kein Grund für eine Feier ist, weiß ich nicht, was einer sein sollte. Ich finde es immer noch schwierig zu glauben, dass Itelia sich nach alledem einfach ergeben hat. Itelia hat sich nicht einfach nur ergeben. Sie erklärte sich bereit, ihre Macht aufzugeben, um diese Realität zu verlassen. Ich war schon in ganz Tamriel und habe sogar Orte jenseits dieses Kontinents besucht. Und ich war im Reich des Vergessens. Doch ich kann mir nicht einmal vorstellen, wie eine vollkommen andere Wirklichkeit aussehen soll. Ich vermute, es ist so ähnlich wie das, als Alea und ich auf den vielen Pfaden gefangen waren. Wahrscheinlich so etwas in der Art. Gut. Und wir sind sicher, dass sie wirklich fort ist? Dass sie nicht doch einen Weg zurückfinden und diesen ganzen Ärger erneut vom Zaun brechen kann? Was sage ich da? Natürlich sind wir sicher. Selbst Hermeos Mora hat es gesagt. Aber trotzdem... Was gibt es, Beragon? Ach. Ich will auch mit der heldenhaften Sterblichen reden. Ach. Wir haben doch gerade schon miteinander gesprochen. Beragon bestand darauf, eine Feier abzuhalten. Doch er lehnte jeden einzelnen Vorschlag ab, den ich machte. Ihr sollt ruhig wissen, dass die Schiffren mich bei all ihren gesellschaftlichen Anlässen für unverzichtbar halten. Wie dem auch sei. Das war gute Arbeit mit den Relikten. Das große Auge ist zufrieden. Das war's also. Drei Relikte, ein Zauber und die Wirklichkeit ist geheilt. Da war noch eine Menge mehr. Die richtigen Relikte mussten genau platziert werden. Und an jedem der Orte galt es, einen Zauber, der von einem Dädra-Fürsten stammte, in höchster Perfektion zu wirken. Auch wenn es eine Weile dauern mag, bis sich die Wirklichkeit wieder ganz erholt hat, schwebt die Existenz nicht länger in Gefahr. Und was ist mit den Relikten? Ist es sicher, sie einfach hier draußen herumliegen zu lassen? Oh, absolut. Sie haben auch den letzten Rest Dädrische Energie in ihnen getilgt, um die Wirklichkeit wiederherzustellen. Nun sind sie nur noch eine Lampe, eine Karte und ein Schwert. Kein Relikt ist einfach nur. Das haben wir ja schon vorher gemerkt. Ich meine, dann konnten wir die Energien ja wieder aufladen. Dann ist mein Dienst für Hermäus Mora also nun getan, Scrut. Nun, nicht ganz. Obwohl Hermäus Mora zu schätzen weiß, was ihr als Schicksalserwählte alles getan habt, sagte er, er möchte noch ein allerletztes Mal mit euch sprechen. Wann immer es euch passt, natürlich. Also mischt euch unter die Gäste. Sprecht mit euren Verbündeten. Danach seht ihr euch nach dem Portal meines Meisters um. Portal? Er will, dass ich nach Apokrypha zurückkehre? Nicht dauerhaft, glaube ich. Wahrscheinlich will er euch nur belohnen. Das große Auge weiß, wie viel Wert ihr sterblichen, funkelnden Dingen beimisst. Doch um auf der sicheren Seite zu sein, schlage ich vor, dass ihr vorher mit all euren Verbündeten sprecht. Auf ein letztes Lebwohl und so. Sterbliche, Hermäus Mora verlangt eine Audienz, sobald ihr mit euren Verbündeten gesprochen habt. Dieses Portal bringt euch zu ihm. Also, das... Wenn ihr bereit seid, begleite ich euch, Entsandte. Sprecht mit allen nach Belieben, bevor ihr das Portal betretet. Nur für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr nie zurückkehrt. Ich wollte gerade sagen, das heißt, dass er mich jetzt auf eine Reise schicken will, wo ich dann bei sterbe oder was? Oder wie soll ich das jetzt hier verstehen? Aber ja, Lehrer Miel, ich bin bereit. Ich habe mit allen gesprochen. Erlaubt mir zuerst, mit Hermäus Mora zu sprechen, Entsandte. Kein Problem. Lauscht im Wortwechsel. Super. Toller Wortwechsel. Wann sind die denn fertig? Untertitel wären vielleicht nicht schlecht bei diesem Wortwechsel. Ach kommt, Leute, ernsthaft? Muss ich näher ran? Ah. Es hat nichts für eine treue Dienerin zu tun. Doch es hat seinen Preis. Es ist getan. Eines Tages, Lehrer Miel, die man die Weise nennt, werde ich meinen Lohn für diese Gunst einfordern. Seid bereit, ihn zu entrichten. Ich verstehe und nehme an. Nun, verlasst uns. Schicksalserwählte tretet heran. Wir werden reden. Ich befürchte irgendwie, dass der Preis wahrscheinlich sein wird oder vielleicht sein wird, dass sie irgendwann mal ihr Leben geben muss. Was weiß ich, um die Wirklichkeit zu retten oder was weiß ich was und dann wieder nicht mit ihm zusammen sein kann. Ich hoffe allerdings inständig, dass sie vorher endlich mal ihre Zeit nutzt. Welche letzte Angelegenheit ist das? Die Telia, die Fürstin der Pfade wurde aus dieser Wirklichkeit verbannt, ohne Aussicht auf Wiederkehr. Nun muss ich die Erinnerung an sie erneut auslöschen. Um der Existenz willen muss sie ein weiteres Mal vergessen werden. Aber streng genommen ist genau das das Problem beim ersten Mal gewesen, dass sie vergessen wurde. Ihr meint, alle werden alles vergessen, was in Necrom und in den Westauen geschah? Nicht alles. Jeder wird sich daran erinnern, dass die Ebene der Sterblichen bedroht war und ihr sie rettetet. Woran man sich nicht erinnern wird, ist die Telia. Spiegelmoor wird eine weitere verlassene Ebene im Reich des Vergessens sein und der Name Telia nichts bedeuten. Werde ich sie auch vergessen? Nein. Betrachtet dies als mein Abschiedsgeschenk an euch. Wir beide werden uns an Telia und ihre Sprosse erinnern, an die Pracht von Spiegelmoor, an eine Wirklichkeit, die hätte sein können. Nun ist der Vertrag zwischen uns erfüllt. Kehrt mit dem Dank des Wissenden in eure Welt zurück. Bevor ich gehe, habe ich Fragen. Trotz unserer gewaltigen Unterschiede teilen wir eine Eigenschaft. Neugierde. Wohl an, denn stellt eure Fragen und betet, dass meine Antworten nicht euren sterblichen Verstand zerschmettern. Diese Überheblichkeit immer. Seid ihr euch sicher, dass die Bedrohung durch Etelia dieses Mal wirklich beendet ist? In dieser Frage lauert ein Hauch von Dreistigkeit. Ihr überzeugtet zwei Dedra-Fürsten, Ihr seid allwissend. Warum überrascht euch dieses Ergebnis? Ich bin Ur-Dedra, der Wissende. Ich sehe unendliche Möglichkeiten vor mir angeordnet, doch nicht notwendigerweise den endgültigen Pfad. Ich erkannte Potenzial in euch. Doch ich konnte nicht erkennen, wie sich dieses Potenzial entfalten würde. Was passiert jetzt mit Etelias Schergen? Spiegelmoor und seine Bewohner sollen fortan bekannt sein. Doch wer sie waren und wem sie dienten, wird ein Rätsel bleiben. Nun sind sie ohne Meister. Ihre Ebene eine zerschmetterte Ruine. Jene, jene, die noch in eurer Welt verbleiben, werden mit der Zeit beseitigt oder sie ziehen aus freien Stücken weiter. Was ist mit meinen Verbündeten? Sie haben geholfen, Etelia aufzuhalten. Können die sich noch auch nicht mehr daran erinnern, was passiert ist? Nein. Selbst wenn ihr versucht, sie ihnen ins Gedächtnis zu rufen, werden sie sich nicht an Etelia erinnern. Sie können sich nicht erinnern. Ihr habt euch als fähig und meines Vertrauens würdig erwiesen. Ihr und ihr allein werdet euch erinnern. Lasst mein Wort erklingen. Tilgt Etelia aus jedem Geist in unserer geteilten Wirklichkeit. Jetzt und für immer da. Keine Glyphika. Keine unterdrückten Erinnerungen. Nur wir als Zeugen der Existenz der Fürsten der Pfade. Diese Bedrohung der Wirklichkeit war unser Band. Nun teilen wir dieses letzte Geheimnis. Lebt wohl, Sterbliche. Lebt wohl, Hämios Mora. Oh, die Feier ist vorbei? Ne. Ich wollte gerade sagen, alle waren weg. Heißt du? Der ist ein bisschen verwirrt hier, habe ich so das Gefühl. Das letzte, woran ich mich erinnere, meine Freundin, ist, wie wir eine Eileiden-Ruine erkundeten und nach etwas suchten. An je mehr ich mich zu erinnern versuche, desto weniger kann ich mir ins Gedächtnis rufen. Was ist mit mir geschehen, meine Freundin? Ihr seid durch einen Realitätsriss gefallen. Leramiel bat Hämios Mora, euch zurückzubringen. Ich bin was? Ich bin in eine Art Grube gefallen? Und Hämios Mora brachte... Das spielt keine Rolle. Da es sich hierbei gerade um eine Feier handelt, gehe ich davon aus, dass es uns gelungen ist. Das zu vollbringen, was auch immer wir in dieser Ruine wollten. Jager Dein. Wir haben die Westauen und die gesamte Wirklichkeit gerettet. Nun, das ist gut. Ich wusste, wir können es schaffen. Ich habe keinen Augenblick gezweifelt. Ich bin froh, dass wir gewonnen haben, meine Freundin. Und dass wir alle hier sind, um unseren Sieg zu feiern. Da drüben sehe ich Leramiel. Ihr solltet mit ihr sprechen. Ich schließe mich euch gleich an. Alter, die steht keinen halben Meter neben mir. Ich würde gern etwas dazu sagen, was wir erreicht haben. Einen Augenblick, Beragon. Ich muss mit unserer Freundin sprechen. Ich wusste gleich von Anfang an, dass ihr etwas Besonderes seid, Entsandte. Nein. Ihr seid keine Entsandte mehr. Ihr seid einfach... meine Freundin. Wir hielten Vermina und Perjita auf, besiegten Torwesat, retteten Nekrom und die Westauen. Doch ich spüre da noch etwas. Etwas Wichtiges. Ihr erinnert euch wirklich nicht an Italia? Zieht mich nicht mit unsinnigen Worten auf, meine Freundin. Ich bin einfach nur dankbar, dass uns Gardein zurückgegeben wurde. Und dass der Wissende mir noch eine Belohnung gab, um sie euch angedeihen zu lassen. Nun lassen wir Beragon seine Rede halten und uns unseren Erfolg feiern. Und wir haben einen friedlichen Begleiter bekommen, nämlich eine Kristallwespe. Dann haben wir einen robusten Kopf, also eine Haube bekommen vom Set Aleiden Refugium und einen Fertigkeitspunkt. Unsere Reise hat einen passenden Abschluss gefunden, meine Freundin. Für uns alle steht eine lange Rast an. Vielleicht kann ich wie Karga Dain überzeugen, sich mir bei der Erkundung von Apokrypha anzuschließen. Das würde mir gefallen. Was uns beide anbelangt, so danke ich euch für alles. Leramiel, lass nicht wieder deine Gelegenheit verstreichen. Nutze sie, bevor es zu spät ist. Ich muss euch sagen, Leramiel, Hermeus Mora ließ euch alle etwas Wichtiges vergessen. Ich bin nicht sicher, was ihr meint. Ich erinnere mich recht deutlich an unsere Abenteuer. Wir retteten Nirn und Apokrypha vor abtrünnigen Dremora und einem neu belebten Aleiden-Kult. Und keine Angst, ich werde nie vergessen, dass wir dies vor allem dank eurer Taten schafften. Na schön. Was werdet ihr denn als nächstes tun, Leramiel? Ich würde sagen, ein wenig Ruhe und Entspannung sind angebracht. Ich hoffe, Vikar Gardein ein wenig entführen zu können, damit wir einander besser kennenlernen. Der Spiranbergsee ist himmlisch, wenn die Buchsiedler migrieren. Hermeus Mora hat Gardein aus den vielen Pfaden gezogen. Seid ihr euch sicher, dass das unser Gardein ist? Das hatte ich gar nicht bedacht. Aber die Pfade, die ich sah, waren Möglichkeiten, nicht andere Wirklichkeiten. Ich bat Mora, mir meinen Gardein zurückzugeben. Ich muss daran glauben, dass er mir die Bitte erfüllte. Spielt es am Ende wirklich eine Rolle? Danke, dass ihr mir bei all dem geholfen habt, Leramiel. Und nun wünsche ich euch einen schönen Urlaub. Freundin, ich hoffe es. Bitte einmal alle herhören! Feiern wir nicht nur unsere Siege, sondern auch die Heldentaten unserer Freundin hier. Sie besiegte die abtrünnigen Dremora Vargas und Tauwesard, brachte den falschen König Nantarion zu Fall, rettete die Westaun und vielleicht sogar die ganze Welt. Also erheben wir unsere Gläser. Habt Dank dafür, meine Freundin, dass ihr stets euer Bestes gebt. Ja, und mit diesen letzten Abschlussworten und einem doch ziemlich glücklichen Pärchen, was sich gerade zurückzieht, werden wir dann diese Folge für heute erstmal beenden und damit dann leider auch erstmal das neue Kapitel, weil ich hatte ja schon gesagt, dass ich überall die Hauptstory erstmal durchspiele und dass ich dann von vorne anfangen werde und die ganzen Nebenstories spielen werde. Da das hier aber so ein schöner Abschluss ist irgendwo, wenn auch mit ein bisschen Fadenbeigeschmack, weil Herr Meos Mora eben von einem Gefallen gesprochen hat, den sie dann irgendwann einlösen muss. Also er hat es ein bisschen anders formuliert, was mir persönlich Sorgen gemacht hat. Ja, aber am Ende ist zumindest für jetzt alles gut geworden und ja, wir fangen dann quasi ganz von vorne wieder an in der nächsten Folge und wir widmen uns dann in jedem einzelnen Abschnitt nochmal den Nebenstories und ich kann euch versprechen, das wird dann auch nochmal eine ganze Weile dauern. Also ihr seid mich noch nicht los und ihr seid dieses Spiel auch noch nicht los und selbst wenn ich dann irgendwann mal alle Nebenstories komplett durch habe und ich habe mir auch vorgenommen, dass wir auch diese Quests machen, die in den Höhlen und so weiter drin sind, also in den Verliesen. Das Einzige, was wir nicht machen werden, das sind dann die Sachen, die wir dann in den Prüfungen sonst noch finden würden, weil dafür müsste man erstmal eine gute Truppe haben, die man zusammen hat. Da möchte auch nicht unbedingt jeder aufgenommen werden und so weiter. Deswegen lasse ich die mal ein bisschen außen vor. Allerdings werden dann auch noch die Arenen kommen. Die habe ich ja schon im Vorfeld aufgenommen mit meiner Main. Also nicht hier dem Let's Play Char beziehungsweise Let's Play Account, sondern meiner eigentlichen privaten Main. Und ja, da haben wir dann auch nochmal einiges, was wir dann so ansehen werden und so weiter. Und lange Rede, kurzer Sinn, weil die Folge ist natürlich wieder sehr lange geworden, weil es die letzte Folge gewesen ist. Aber dennoch, denke ich mal, werde ich sie nicht splitten. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge quasi am Anfang wieder mit den Nebenquests. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, selbst wenn die durch sind, werden wir trotzdem weiterhin noch Teso genießen dürfen. Weil sobald nämlich dann wieder ein neues Kapitel draußen ist oder ein neues DLC mit neuem Gebiet, werden wir das natürlich auch wieder machen. Ich sage dann erstmal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.